Grüßt euch und weiter geht's mit Pokémon X. Ja, wir befinden uns hier noch im hohen Gras, also übertrieben hohes Gras. Da wollen wir langsam aber sicher wieder raus, denn ja, ich dachte ich finde hier jetzt Pokémon... Moment, ne, ich dachte ich finde hier ein paar Pokémon, die ich jetzt nicht so bei Pokémon Y gesehen habe, aber irgendwie ist das hier dasselbe. Also zumindest auf dieser Route hier. So, weil Grammokles war ja da vorhanden und ja hier, Psao ist auch vorhanden, also Pokémon Y habe ich glaube es auch hier auf dieser Route gefangen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. So, also bei Pokémon Y. Egal, wir gehen jetzt aber wieder weg hier. Ich wollte auf jeden Fall nur kurz mal hier vorbeischauen, mal gucken wie das jetzt hier ist. Vielleicht gibt es hier was Neues, deswegen ich will keine Route irgendwie ein bisschen verpassen. Äh, komm Aquaknarre. Go, 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 mein kleiner Freund. Oh, ich freue mich tierisch auf November, aber das ist so lang her. Also, was heißt lang her? Bis dahin dauert es schon ein bisschen, ja, etwas lang noch. Bis dahin, denn dann kommen ja die Remakes raus von Pokémon Rubin und Saphir. Oh, darauf freue ich mich richtig. Aber, der Sarkati muss auch warten. Der muss auch warten, der muss auch warten. So. Dim, didim, dim, didim, 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 didim. Gut, dann wollen wir mal wieder zurück hier. Porenta haben wir abgegeben, oder? In der letzten Folge. Ich glaube schon. Ich gucke gerade mal. Ja, ja, doch, wir haben... Oder? Oh je, wir haben Grammokläs gefangen, genau. Aber ich muss mal erstmal im Pokémon Center vorbeischauen. Ich wollte es eigentlich nur fangen und in die Pokémon Box reinstecken. Selber jetzt hochtrainieren, weiß ich jetzt noch nicht. Ist ein geiles Pokémon. Ich bin ein übelster Fan von diesem Grammokläs-Fiech. Aber, ich habe das ja schon bei Pokémon Y gehabt. Und jetzt nochmal, das wäre ein bisschen langweilig, denke ich mal. Deswegen, einmal durchtanken hier. Erstmal. Okay, ich nehme deine Pokémon an. Ja, dann nimm sie an. So, einmal durchkämmen, durchpowern und weiter geht's natürlich. Des Weiteren müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir ein bisschen sparen. Denn, ja, wir sind ein bisschen bankrott. Richtig bankrott. Denn, ich habe nur wirres Zeug, äh, ja, gekauft. Und, ja, gespendet habe ich auch viel. Leider sehen wir unser Viech nicht. Wie sieht es aus hier, mein Kollege, oder? Okay, noch gar nichts. Egal. Wir gehen mal weiter, schauen uns das hier an. Aber erst mal gegen den Typen hier antreten. Der hat ja dieses eine komische Pokémon da. Was alle Elemente irgendwie kann. Ähm, wie heißt das nochmal? Parbegel, genau. Kann Donner, Feuer, Wasser, alle Attacken irgendwie. Ziemlich lustig das Ganze. Finde ich ganz gut. Ja, ja. Äh, gut. Dann wollen wir mal. Einmal mal biss. Ich beiß dir hier deinen grünen Schwanz da weg. Komm. Oder einfach komplett alles. Geht auch. Nicht wundern, warum ich Schicke jetzt hier eine vordere Position habe. Habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Ich will es jetzt auch mal ein bisschen hoch trainieren. Nicht nur mein Main Pokémon als Starter-Pokémon. Es sind auch schöne andere dabei noch. So, komm. Ey, Kollege. Nicht so, ne? Nicht so. Okay, passt. Hat er eins oder noch mehr? Mal gucken. Schilock erreicht Level 19. Pew, pew, pew. Ne, das war es einmal. Okay. Hm, Schilock hält nicht viel aus. Er hält nicht viel aus. Das ist das Problem. Gut, ist aber auch jetzt nicht übertrieben hochgelevelt. Dass ich jetzt sagen kann, äh, ist übelst das Master Pokémon jetzt in meinem Team. Da muss er noch ein bisschen kräftig dran arbeiten. Blaue Blüte. Auch nett. Blaue Blüte. Ja, könnte ich jetzt einfach mal Justo Fun mal fangen. In Steam packen. Nö, ich finde das... Auf jeden Fall ein Feen Pokémon. Ich weiß aber nur nicht welches. Aber Blaue Blüte auf jeden Fall nicht. Ey, Kollege. Kollege. Zachte, zachte. So, ich weiß, das ist jetzt nicht sehr effektiv. Aber ich will es nicht töten. Oh, jetzt kann man es fangen. Komm. Wirf mir mal... Ein Ball hinterher. So, Bälle. Nehmen wir mal einen Superball. Superball. Zack. Und? Bleib stehen. Ja. Ja, schön. Ja. Unser erstes Feen Pokémon, glaube ich. Haben wir jetzt soeben gefangen. Ne, zweites, ne? Ich glaube zweites. Dennoch, sehr schön. Warum nicht? Her damit, her damit. Den, 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 den. So. Ähm. Ich bräuchte mal den nächsten Tauschpartner. Denn ich habe bei Pokémon Y zwei gute Pokémon. Mir, äh, sag ich mal, erkämpft und ein bisschen trainiert. Die möchte ich gerne auf Pokémon X rübertragen. Da ich leider zur Zeit keine 2DS habe, kann ich mich selber nicht... Kann ich das selber nicht traden. Und ich habe auch keine Pokémon Bank. Müsste ich mir auch mal holen. Äh, falls jemand Lust und Laune hat. Gerade mal so ein bisschen Spaß hat. Ähm, würde ich ihnen, denjenigen, die zwei Pokémon geben. Und dass er mir später auf meine X-Edition, also auf diese Edition, die wieder rüber gibt. Also, wenn ihr mal Zeit und Bock habt. Einfach mich mal kurz unten unter den Kommentaren einfach mal kurz sagen. Hier, ich möchte. Dann müsst ihr mir einfach mal einen Freundschaftscode geben. Meinen Freundschaftscode werde ich unter der Videobeschreibung, äh, reinpacken. Deswegen einfach mal melden, wer kurz Zeit hat. Weil ich brauche halt die zwei Pokémon. Die möchte ich gerne hoch trainieren. Und, ja. Hui! Wenn uns Modell stünd... Was, 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 was rede ich da überhaupt? Wenn du uns Modell, äh, Modell sündest, käme dabei bestimmt dein Meisterwerk heraus. Bestimmt. Lass uns einen Kampf austragen, der so schön ist, dass er in Öl festgehalten werden sollte. Ja, mach mal. Das ist irgendwie so eine moderne, äh, Kunstwerkroute hier. Alles so irgendwelche Picasso-Typen. So. Oh, zweimal, das ist bitter. Schillock, und wen habe ich als zweites? Ja, das ist okay. Nein. Schillock wird eh gleich tot sein. Aber okay. Äh, pfff. Piss, da. Kopfnuss, da. Okay. Noo. Das... Nicht auf Schillock. Mensch, Leute. Da ist noch ein anderes Pokémon. Ja. Ah, das ist nicht schlecht. Okay, down. Er ist weg. Mach mal das Ganze auch beim Nixen, also bei seinen Kameraden, seinem Zwillingsbruder da. Oh, Level erreicht. 21. Sehr schön. Also wie gesagt, ich hätte da so zwei Pokémon, die möchte ich gerne hier weiter trainieren. Aber... Ich brauche da einen Tauschpartner. So, bis... Hier rein. Glut. Kopfschuhe. Äh, Kopfnuss. Passt, passt. Jo, und jetzt noch mal du, Schillock. Ja, die kriegen den nicht da, Mann. Sehr schön. So, tschüss. Ja, das war's. Das war's, mein Freund. Das war's. Da hast du nichts mehr zu malen, in Öl... Irgendwelche Ölfarben zu benutzen. Das war's. Du kannst deine Niederlage jetzt aufzeichnen. Und das in 3D, wenn du willst. So, sehr schön. Ups. Habe ich einen Supertrank? Ich muss mal meinen Schillock mal Supertrank geben. Denn gleich kommt bestimmt etwas... Trank, Supertrank. Oh, sehr schön. Juhu. Ich muss jetzt nicht extra wieder ins Pokémon flitzen. Pokémon Center flitzen wieder zurück. Deswegen passt das. So, hier ist dieses berühmte Schlosskampfschloss, war das glaube ich, oder? Na, Sakati? Wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon Trainer ist? Man nennt es Kampfschloss, wie ich es schon sagte. Wenn ich noch mehr über Pokémon lernen werde, werde ich eines Tages sicher in der Lage sein, alle acht Arena-Leiter der Kalos-Region zu besiegen. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Was macht... Hä, was ist denn das? Hübt die ganze Zeit so rum. Ja, sollen wir ins Kampfschloss jetzt gehen, oder? Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich jetzt nur vielleicht mal ein cooles Pokémon fangen. Und den Steam packen. Oh, da ist ein Pokéball. Aber ich... Flabebe in anderer Farbe jetzt. Ich habe keinen Bock auf Flabebe. Flabebe. Mademoiselle Flabebe. Ich liebe Flabebe. So, danke. Schauen wir mal weiter hier. Da ist er auf... Was? Achso. Ich wollte eigentlich um... Ich wollte jetzt eigentlich die umgehen und hier erstmal Pokémon fangen. Naja. Wollen wir mal eben einen Kampf austragen? Tierno und Trovato kämpfen zusammen gegen Zarkati S und mich. Mua, komm. Zarkati S? Ich dachte mir, wir geben sicher ein gutes Team ab, weil wir noch Nachbarn sind. Wir sind doch immer Nachbarn und werden es auch immer Nachbarn sein. Hä? Wieso drei? Weil der eine zwei hat und der andere eins oder was? Sehr schön, so schön, so schön, so schön, so schön. Ähm... Ähm... Dann lass mal gucken, bis mit Biss, ob ich da überhaupt was ausrichten kann. Oh, bei denen sieht es schlecht aus. Na, dasselbe wie Grün... Dasselbe in Grün habe ich... Habe ich mir es gedacht. Ähm... Ja. Ganz schlecht hier mit Chiloki anzutreten, aber das kriegen wir irgendwie hin. Komm. Sehr schön. Bigger, Bigger, Bigger. Yeah, Level 20 erreicht. Sehr schön. Finde ich sehr geil. Was? Was war da? Turbo-Dreher. Turbo-Dreher. Nee, brauche ich nicht. Nee, brauche ich jetzt erstmal nicht. So. Das dauert immer so eine Ewigkeit, dass man das wegkickt, so. Ja, komm. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Müssen wir irgendwie das Ding da umkriegen. Na, da habe ich jetzt die passenden Attacken nicht. Was, der hat noch? Achso, stimmt ja, der hat drei Viecher. No, jetzt kannst du nicht angreifen. Setz mal ein anderes Pokémon ein. Ah, ich glaube, ich setze jetzt ja auch gleich was anderes ein. Das bringt hier gar nichts. Shigis... Äh, Shilok ist auch schlecht hier gegen diese Kombination da. So. Dann wollen wir mal. Äh, Pokémon. Äh, blub, blub. Lass mal gucken, was Relaxo hat. Ich hatte, glaube ich, nie mit Relaxo irgendwie gekämpft in Pokémon X oder Y, ne? Hatte ich nie mit Einsatz? Doch. Ganz kurz, glaube ich nur. Denn zum ersten Mal kann das Relaxo auch stehen, ne? Es liegt nicht immer dumm faul in der Ecke irgendwo. Es kann auch stehen. Es steht. Wie ein Brett. So, mal gucken, was Relaxo so für schöne Attacken hat. Ja, stirb doch. Meine Fresse, ey. Das Ding kann nix. Einfach mal gucken. Hä? Komm. Ne, die ziehen gar nix hier ab. Einfach nichts. Hoffentlich hat er ein anderes Pokémon noch. Ich glaube schon. Der hat doch das Starter Pokémon noch, oder nicht? Ja, genau. Oh, das sieht auch geil aus, ne? Also, wollte ich mir auch holen, auf jeden Fall. Komm, noch einmal. Komm, mal ein bisschen hier drödeln. Ich bin einfach die Mauer jetzt hier, zur Zeit. Ne, die Mauer. Oh, gleich erreichen wir auch ein Level-Up, ziehe ich gerade. Komm, noch einmal. So. Komm, tacklen. Wir tacklen hier einfach alles weg. Das Ding hat eh sowieso nicht viel HP. Oh, okay. Sogar eine Feuertacke war das, glaube ich, ne? Relaxo-Level 17. Schönes Relaxo. Oh, cool. So, machen wir das hier jetzt mal weg. Ich weiß nicht, Relaxo ist eigentlich ein ganz cooles Pokémon, aber... Ja, ich weiß nicht. Ob ich das beibehalte? Keine Ahnung. So, Tackle. Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Mit Tackle hier weghauen das Ganze. Mare tut aber nicht so oft. Grammokless erreicht Level 13. Oh, ne Attacke lässt erlernen. Okay, komm. Ja, Grammokless ist schon geil. Ich glaube, ich bin schwer am Schwanken, ob ich es noch beibehalte. Ich weiß es nicht. Hätte schon Bock drauf, das weiter zu trainieren. So. Ha, wie unterschiedlich doch die Kampfstile einzelner Trainer sind. Nun ja, ich schätze als nächstes gehen wir dann wohl nach Petrofia. Ja, dann macht ihr das. Dann macht das. Dann macht das, Leute. Ähm, ich werde hier jetzt noch ein, zwei Mal reingehen hier. Ich will mal gucken, ob es wirklich hier noch was cooles gibt. Ich habe jetzt nicht auf der Homepage mal nachgeschaut im Internet, was für eine Route hier, was für Pokémon unterwegs sind. Da lasse ich mich nicht spoilern. Ich lasse mich da überraschen, zum Beispiel hier, das Ding. Ich glaube, das gab es bei Y nicht auf dieser Route. Bin mir jetzt auch noch nicht so sicher. Ähm, komm, wir empfangen das auch mal. Wir haben so wenige Pokémon bis jetzt gefangen. Bis jetzt eigentlich ganz gut, aber eine etwas stärkere Attacke brauche ich, aber Aqua. Heute trifft... Nein! Oh, perfekt. Okay. So, Beutel, Bälle und Superball. Superball, Flieg und Zieg. Sehr schön, komm. Sehr schön. Zweites Pokémon heute gefangen, gefällt mir, so muss das auch sein. Ab und zu mal auch zwischendurch mal Pokémon fangen. Nicht immer sich duellieren und dann nebenbei nichts fangen. Das gibt es nicht. So, schön fangen. So, sehr schön. Ne, kein Spitzname. So. Okay. Ähm, jo. Dann gucken wir mal weiter noch hier ein bisschen. Das Kampfschluss können wir... Schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Beziehungsweise könnten wir mal reingehen. Oh, das haben wir auch noch. Das fangen wir auch. Das fangen wir auch. So. Bis. Nochmal bis. Nochmal bis oder? Komm. Ich glaube, ich kill's nicht. Ne. Perfekt. Super Kombination auf jeden Fall. Nein. Mieser Kerl. So, Aquaknare nochmal. Stopp. No. No, komm. Jetzt übertreib mal nicht mit deinem Mondschein. Kein Mensch will deinen Mondschein jetzt hier sehen. Wir können das den ganzen Tag machen, wenn du willst. Okay, 19 Mal, aber nicht den ganzen Tag. Okay. Verwirrt. Ist mir eigentlich wurscht. So. Beutel. Bälle. Super Ball. Super Ball. Flieg. Und. Sieg. Zack. Und? Ich glaube, das Ding wird jetzt nicht gefangen. Wer? Denn doch. Perfekt. Wollte ich gerade sagen, aber passt. Wolbeat wurde gefangen. Sehr schön. Sehr schön. Käfer Pokémon. Sehr schön. Möchtest du? Nein. Ich möchte keinen Spitznamen geben, aber in die Box verstauen. Danke. So. Gehen wir mal kurz ins Kampfschluss. Komm. Wenn wir schon hier sind, schauen wir uns das Kampfschluss einfach mal kurz an. Genau. Da ist auch die Arenaleiterin. Oh, hallo, Sakati. Darf ich fragen, wie dein Adelstitel lautet? Wie bitte? Du hast gar keinen? Hm. Jemand, der so stark ist wie du, findet meiner Meinung nach einen Adelstitel? Ich erkläre dir am besten erstmal, was es mit diesen Adeltiteln, Titel, 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 auf sich hat. Nur eine Handvoll Trainer, die hier im Kampfschluss ihre Stärke unter Beweis gestellt haben, bekommen einen Titel, die hier im Kampfschluss. Oh ja. Viola, wer ist denn dieser junge Dame? Ich wollte beinahe junger Herr lesen, aber ich vergesse jedes Mal, dass ich eine weibliche Rolle hier spiele. Oh. Sie ist ein Besitz des Krabbelordens. Wie es aussieht, hast du ihr Talent als Trainer anerkannt. Hm. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Valdeose. Wie auch immer. Und wie heißt du? Oh, Sakati, ein schöner Name. Ich verbürge mich für Sakati. Kannst du ihr nicht einen Adelstitel verleihen? Sie ist ein starker Trainer und wird dem Kampfschluss bestimmt alle Ehre machen. Oh, so ist das also? Na schön. Wenn du für Sakati bürgst, ist das völlig ausreichend für mich, Viola. Außerdem, auch ich spüre ein außergewöhnliches Potenzial in ihr. Sakati? Hiermit verleicht ihr, oder sagen wir lieber euch den Titel Baronen. Ja, wer sind denn Baronen? Juhu, Baronen. Trainer mit einem Adelstitel können andere Trainer mit einem Adelstitel im Schloss herausfordern. Baronen und Baron sind die niedrigsten Ränge. Aber durch wiederholte Siege gegen andere Trainer könnt ihr einen Ranghöhertitel erwerben. Dies führt eventuell dazu, dass ihr dazu Interesse von Trainer Ranges weckt, die sich dann in der Hoffnung euch herausfordern, erfinden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an unsere beiden Mitarbeiter am Eingang wenden. Nun dann, Sakati und Viola, ich empfehle mich auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ich habe übrigens auch einen Adelstitel. Mein Ziel ist es, viele Kämpfe auszutragen und den höchsten Adelstitel verliehen zu bekommen. Deshalb würde ich mich freuen, hier bei Gelegenheit gegen dich kämpfen zu dürfen. Das haben wir bei Pokémon Y gar nicht gemacht. Wir waren hier einmal kurz durch, haben durchgerusht das Ganze, aber uns das genau angeschaut später, haben wir es nicht gemacht. Müssen wir auf jeden Fall mal machen, uns mal, sag ich mal, den größten Titel hier irgendwie rausholen. Denn bei Pokémon X machen wir alles, was wir bei Pokémon Y noch nicht gemacht haben. Nun gut, ich würde mich jetzt mal hier verabschieden. Das Ganze schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und wie gesagt, wenn einer da ist, würde ich gerne mal zwei Pokémon tauschen. Die habe ich ja, wie gesagt, vorhanden. Die müssen halt nur auf diese Edition irgendwie rüber gehen. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, einfach mal kurz unter der Videobeschreibung Bescheid sagen, euer Freundschaftscode senden und dann machen wir das ganz kurz, schnell, flockig von der Hand. Also, bis hin, euer Sakat Yes.